Dr. Emil Behring, Stabs- und Bataillonsarzt im Infanterieregiment Graf Werder. Zurzeit Arzt der Chirurgie. Ich kann darüber nicht lachen. Ich kann darüber nicht lachen. Sehr erfreut. Ich kann darüber nicht lachen. Ich habe mein Lapport dabei. Jetzt schlägt die Stunde der Wahrheit. Es wird Ihnen noch leid tun, mich so zu behandeln. Es wird Ihnen noch leid tun, mich so zu behandeln. Die Bakteriologie hat hier in Berlin ein neues Kapitel in der Medizingeschichte aufgeschlagen. Nein, nicht lachen. Es wird Ihnen noch leid tun. Mir gelingt hier der Durchbruch. Niemand interessiert sich dafür. Die Rettung der Menschheit muss ausfallen. Wegen Kruxidiotik! In der Medizin spricht man von periodischen Irreseilen. Ich möchte hiermit meine Kündigung einreichen. Mein lieber Erich, ich werde natürlich in unser Beibenamen verhandeln. Ein Sieg auf ganzer Linie. Ein Sieg auf ganzer Linie. Körbe. Säge. Dämpere. Bäh, bis jetzt. Und wie hiermit. Säge. Jäger Körbe. Säge. Säge. Vielen Dank.